Fototermin zahlen. Jetzt dürfen alle Eltern, die hier vorne eh die ganze Zeit nur filmen und fotografieren, noch einmal hier Richtung Startlinie kommen. Und euch, liebe Kinder, möchte ich einmal bitte, die Hände mal alle hochzunehmen. Nehmen wir alle die Hände einmal hoch. Einmal die Hände bitte mal hochnehmen alle. Und dann eine laute Antwort. Wenn ich euch jetzt was frage, alle Hände hochnehmen. Ich mache den Weg frei fürs Foto. Und jetzt die Frage. Eine laute Antwort will ich von euch her. Habt ihr Lust nach euren? Ja, es ist frostig. Dementsprechend aber trotzdem eine schöne laute Antwort von euch. Teilt euch die Kräfte ein. 500 Meter in die Richtung geht es. Und jetzt dürfen die Eltern auch dann wieder raus. Denn gleich geht es ja los. Also, alle Eltern nach dem Fototermin wieder raus. Hier kommt der Hofer, der Kulauf, der Alex, der Veranstaltungsamt für seinen Team für heute Tage. Und jetzt dürfen die Kräfte ein. So, liebe Zuschauer. Wir haben ja hier auch einige Horizontrobestellungen immer zu klären. Macht bitte, Ali, Laufstrecke frei. Wir warten gerade noch auf unsere Sanitäter. Die haben heute den Tag auch unsere Kinder. Hoffentlich kann ich versorgen müssen. Die müssen in diesen Sekunden dann auch eintrudeln. Doch, ist sie aber nicht da. Dementsprechend haben wir uns dabei geschrieben. Kommt schon von der Wehrer, die schaffen wir gemeinsam auch. So, dass jetzt bitte die Strecken gleich darauf freizuräumen ist. Und selbstverständlich werden, wenn etwas passiert. Gleich auch helfen wir hinterher da sein. Aber das mal als Information. Wir gucken mal gemeinsam auf die Uhr. Stellen fest, es ist jetzt 14.04 Uhr. Also noch eine Minute bis zum Start. Eine Minute noch bis zum Start. Und das heißt für die Kleinen nochmal ein großer Applaus. München, jetzt brauche ich euch ganz lautstärken. Euer Applaus für die kleinen Kinder-Morchen-Trage. Unser Kinderlauf. Und da schalten wir ja keine Uhr ab. Also ich gebe diese alten Laufstrecke gleich frei. Die Kinder werden alle Ausgaben gleich 220 Sekunden verlaufen. Dann ist dann der Wettelpunkt. Dann kommt sie auch wieder zurück. Halt die Laufstrecke frei und feuert sie an. So, wir gucken auf die Uhr. Noch 30 Sekunden bis zum Start. 30 Sekunden noch. Dann geht der Nikolaus in den Augen zu 2016 auf die Reise. Ganz wichtig, liebe Kinder. Lauft die ersten Meter nicht überein, Alter. Das ist die kritischste Phase immer. Startet so, dass jeder auch ein bisschen Platz hat. Ihr habt genug Zeit, um zu laufen. Bitte bitte auch, was beim Start passiert. Ja, ist doch gut. So, jetzt kommt die Meisterin, der den Kaufdaufen runterzählt. Und dann starten wir mit den Kinderlaufen 2016. Also lautstark gestritten, Frau Rüte mit den Kinderlaufen los. 11-10-9-4-4-4-5-5-6-5-1-4-5-6-6-6-7-6-7-6-7-7-6-7-7 vaccines- 1001-6. ...feier, drei, zwei, drei, zwei, eins. Nein, das ist doch nicht die Bestensache. Also, wunderbar! Hier ist hier ein Netzlauf. Also, die Diener kommen. Herzlichen Dank und herzlich willkommen. Vielen Dank. Vielen Dank.